Der Zweite Burenkrieg von 1899 bis 1902 war ein Konflikt zwischen Großbritannien und den Burenrepubliken Oranier Freistaat und Südafrikanische Republik, der mit deren Eingliederung in das britische Imperium endete. Ursachen waren einerseits das Streben Großbritanniens nach den Bodenschätzen der Region und nach einem territorial geschlossenen Kolonialreich in Afrika und andererseits die ausländerfeindliche Gesetzgebung der Burenrepubliken. Vorgeschichte Nach der Abtretung der bis dahin niederländischen Karp-Kolonie an Großbritannien 1806 gerieten die dort lebenden Buren zunehmend in die Minderheit. Durch die Aufhebung der Sklaverei 1836 sahen sie sich ihrer ökonomischen Grundlage beraubt, um ihre Identität zu wahren und um sich nicht den britischen Gesetzen beugen zu müssen. Welchen 6000 bis 10.000 Buren im sogenannten großen Track von 1836 bis 1844 ins Hinterland aus, nördlich des Oranier-Flusses gründeten sie 1842 den Oranier-Freistaat mit der Hauptstadt Blöhmfund und 1853 nördlich des Wal die Südafrikanische Republik mit der Hauptstadt Pretorie. Von ihrer Gründung an standen die beiden Burenrepubliken dem britischen Expansion-Streben im Wege. Die 1877 erfolgte Annexion der Südafrikanischen Republik durch Großbritannien löste bereits 1881 den Ersten Burenkrieg aus, in dem die Südafrikanische Republik ihre Unabhängigkeit zurückerlangte. Gold, Diamanten und Uedländers Das wichtigste auslösende Moment für den Burenkrieg war die Entdeckung der ertragreichen Diamant- und Goldvorkommen 1869 in Kimberley und 1886 in Witwatersrand rund um Johannesburg auf dem Gebiet der Burenrepubliken. Die Aussicht auf schnellen Reichtum lockte tausende von Goldgräbern aus zahlreichen Ländern an, vor allem aus den benachbarten britischen Kolonien, Kapkolonie und Natal. Die Buren sahen sich erneut in ihrer Eigenart bedroht. Unter dem anti-britisch gesinnten Präsidenten von Transphal, Paulus Um Kruger, verweigerten sie den sogenannten Uedländers, die zu diesem Zeitpunkt rund zwei Drittel der europäischstämmigen Bevölkerung stellten die politische und rechtliche Gleichstellung. Krugers Politik lieferte Großbritannien den Vorwand, sich zum Anwalt der Ausländer in den Burenrepubliken zu machen und erneut gegen deren Unabhängigkeit vorzugehen. Das eigentliche Interesse der britischen Politik galt der Kontrolle der Bodenschätze und der Verwirklichung des sogenannten Kap-Kairo-Plans, der ein geschlossenes britisches Kolonialreich von Ägypten bis Südafrika vorsah. Einer der Protagonisten dieses Plans war der imperialistische Politiker Cecil Roots, ein im Diamantengeschäft reich gewordener Unternehmer, der seit 1881 als Abgeordneter im Parlament der Kap-Kolonie saß. Um die Burenrepubliken einzukreisen, hatte er 1885 die Inbesitznahme von B. Schwanaland, dem heutigen Botswana, und 1889 die des späteren nach ihm benannten Rhodesien durch die Briten betrieben. Der Jameson-Rate seit 1890 war Rhodes Premierminister der Kap-Kolonie und setzte seine Einkreisungspolitik fort. 1895 unterstützte er den sogenannten Jameson-Rate, einen bewaffneten Überfall unter Führung des Briten Leander Starr Jameson, durch den Präsident Kruger gestürzt werden sollte. Der Regierung der Südafrikanischen Republik gelang es aber, diesen Plan zu vereiteln. Die erfolgreiche Abwehr dieses Anschlags veranlasste Kaiser Wilhelm II. zu einem Glückwunsch-Telegramm an um Kruger. Die sogenannte Kruger-Depesche löste wiederum in Großbritannien eine Welle antideutscher Empörung aus. Der Jameson-Rate trug nicht unwesentlich zum Machterhalt Krugers im Transfall bei, der die Militärausgaben deutlich steigerte und moderne Waffen in Frankreich und Deutschland beschaffen ließ. Außerdem ließ er große Vorumpratorie und Johannesburg anlegen. Weiterhin sahen sich die Briten 1897 durch das militärische Bündnis zwischen dem Oranier-Freistaat und Transfall provoziert. Der Weg in den Krieg die andauernde Benachteiligung Whitlanders diente als Begründung zur militärischen Aufrüstung in der Kap-Provinz umso mehr. Der führende Kolonialpolitiker wie der Gouverneur der Kap-Provinz und Hochkommissar für Südafrika Alfred Milner und der britische Kolonialminister Joseph Chamberlain die Annexion der Burenrepubliken bereits ins Auge gefasst hatten. Überzeugt von einem schnellen Sieg über die Buren trieben sie die Kriegsvorbereitungen voran. Der Präsident des Oranier-Freistaates Martinus Theonis Stein lud Milner und Kruger zu einer Konferenz ein, die ab dem 30. Mai 1899 in Blöhmfontein stattfand. Sie wurde von britischer Seite bald ergebnislos abgebrochen. Krugers anschließende Kompromissvorschläge vom Juli und August wurden von Milner und seinen Verbündeten bewusst hintertrieben, der stattdessen die Entsendung von 10.000 Soldaten zur Verstärkung der britischen Garnisonen in Natal forderte. Diesen sollte im Kriegsfall ein Armeekorps von 50.000 Mann unter General Redwurst Buller folgen. Nachdem Milner Chamberlain von der Notwendigkeit dieses Schrittes überzeugt hatte, gelang es diesem, auch die Mehrheit des Kabinetts auf seine Seite zu ziehen. Anfang September wurde das erste Kontingent unter George Stuart White eingeschifft und am 22. September verbreitete die Presse. Die britische Regierung habe auch die Entsendung des Armeekorps gebilligt. Wenig später wurden die bereits in Natal befindlichen Truppen vom dortigen Befehlshaber Penn Simmons in die Nähe der Grenze nach Dundee vorgeschoben. Entgegen dem Rat Stein sortnete Kruger am 28. September die Mobilmachung des Transwalls an und entsandte die Kommandos unter Piet Schubert an die Grenzen. Gleichzeitig setzte ein Exodus der Whitländer des Witwatersrand ein, die Zuflucht in Natal und der Kap-Kolonie suchten. Am 2. Oktober gab auch Stein nach und ließ die Bürger des Oranier-Freistaats mobilisieren. Kruger stellte von der Unvermeidbarkeit des Kriegsausbruches überzeugt am 9. Oktober ein Ultimatum. Er forderte die Briten auf, innerhalb 48 Stunden alle Truppen von der Grenze Transwalls zurückzuziehen und ihre auf See befindlichen Truppen umkehren zu lassen. Andernfalls würden Transwall und der Oranier-Freistaat dies als Kriegserklärung betrachten. Dieses Ultimatum wurde in Großbritannien mit Erleichterung aufgenommen, da nun kein eigenes Ultimatum mehr gestellt zu werden brauchte, was die moralische Position des Landes belastet hätte. Damit hatte das monatelange Tauziehen ein Ende gefunden. Am 14. Oktober wurden die ersten von Bolas Truppen ins Audempton eingeschifft. Der Kriegsverlauf Nach Ablauf des Kruger-Ultimatums brachen am 12. Oktober 1899 die Kampfhandlungen aus. Die bürrischen Streitkräfte waren gut bewaffnet und konnten sich im eigenen Land frei bewegen und verpflegen. Sie zählten anfangs rund 40.000 im Kriegsverlauf bis zu 80.000 Mann. Davon standen allerdings selten mehr als 40.000 Mann gleichzeitig im Feld. Ihnen standen anfangs etwa 15.000 britische Soldaten gegenüber. Die Kämpfe verliefen für die Buren daher zunächst äußerst günstig. Erste Erfolge der Buren bis zum Jahresende 1899 unter General Piet Schubert überquerten am 13. Oktober etwa 10.000 Buren bei Volksrust die Grenze nach Natal und begannen ihren Vormarsch nach Pdandi, das sie um den 20. Oktober erreichten. Mit dem Eintreffen weiterer Kontingente wuchs Schubert's Armee später auf etwa 20.000 Mann an. Weitere bürrische Kontingente unter Piet Kronje und Kostelarei begannen um diese Zeit mit der Belagerung der britischen Außenposten Mavking im äußersten Nordosten der Kap Kolonie und Kimbelli an der Grenze zum Freistaat. Die ersten größeren Gefechte des Krieges bei Talana Hill und Illands lagte am 20. und 21. Oktober endeten zwar mit taktischen Erfolgen der Briten, dennoch mussten sich diese bald aus Dandie zurückziehen. Der britische Oberbefehlshaber in Natal, George Stuart White, stellte sich den vorrückenden Buren am 30. Oktober, später Mornful Monday genannt, in der Schlacht von Lady Smith, die in einem völligen Desaster endete. White und seine 12.000 Mann wurden in Lady Smith eingeschlossen und der Rest Natals inklusive der Hauptstadt Maritzburg und des Hafens Dörben waren einem burischen Angriff schutzlos ausgeliefert. Damit war die britische Strategie bis zum Eintreffen Bullers hinhaltenden Widerstand zu leisten, gescheitert. Die Buren unternahmen anschließend einen Streifzug ins Innere Natals, den sie jedoch bald wieder abbrechen mussten. Der hierbei bei einem Sturz vom Pferd verletzte Schubert wurde durch den erst 37-jährigen Louis Botha abgelöst. Dieser entschloss sich am Fluss Tugela eine Verteidigungsstellung auszubauen, um den erwarteten britischen Entsatzversuch für Lady Smith abwehren zu können. Buller traf am 30. Oktober in Kapstadt ein und stand vor der schwierigen Entscheidung, entweder seinem ursprünglichen Feldzugsplan zu folgen und seine gesamten Truppen für eine Invasion des Freistaats einzusetzen oder sie zu teilen, um den drei belagerten Garnisonen zu Hilfe zu kommen. Er entschied sich unter dem Einfluss Milners für Letzteres und ging selbst nach Natal, um die Expedition zur Befreiung von Lady Smith zu führen. Eine Division unter Lord Merton wurde von ihm zum Entsatz von Kimberley geschickt, eine weitere unter William Gaetheker ins Ostkab. Die Kavalerie-Division unter John French schirmte die Grenze zum Freistaat vor einer befürchteten burischen Invasion der Kap-Kolonie ab, die unter Umständen einen Aufstand unter der burischen Mehrheitsbevölkerung der Kolonie hätte auslösen können. Die zweite Dezemberwoche, die als schwarze Woche in die Geschichte einging, brachte eine Serie von drei schweren Niederlagen der Briten an allen Fronten, die deren gesamten Feldzugsplan zunichte machte. Der demütig Enten-Niederlage Gartazres bei Stormberg am 10. Dezember folgte am nächsten Tag der Rückschlag Mertünsch bei Magersfontein und am 15. Dezember, dem Vortag vor Ding Aarnsday, das Scheitern-Bolas bei dem Versuch, den Tugela bei Kolenso zu überschreiten. Als Konsequenz beschloss die britische Regierung die Entsendung eines weiteren Armeekorps, wofür alle Reserven und die Truppen der Dominions herangezogen werden mussten. Die Bildung einer berittenen freiwilligen Truppe von 20.000 Mann sowie die Ablösung Bullas als Oberbefehlshaber durch Feldmarschall Lord Roberts, Held des Zweiten Afghanistan-Krieges und zu der Zeit Oberbefehlshaber in Irland, dem Lord Kitchener, der Held von Ormdurhamann, als Stabschef beigegeben wurde. Der Krieg, dessen erfolgreicher Ausgang binnen weniger Monate bisher erwartet worden war, wandelte sich nunmehr zu einer Frage des nationalen Prestiges, die jede Anstrengung rechtfertigte. Dies lag auch daran, dass die öffentliche Meinung in Europa fast einmütig mit den Buren sympathisierte und eine gemeinsame politische Intervention der anderen, europäischen Mächte zu deren Gunsten zu diesem Zeitpunkt immerhin möglich schien. Diese scheiterte letztendlich am Desinteresse Deutschlands. Wende zugunsten der Briten Das Blatt wendete sich für die Briten erst, als Bullas Anfang des Jahres 1900 von Feldmarschall Lord Roberts und dessen Stabschef General Lord Kitchener abgelöst wurde und 60.000 Mann Verstärkung in Südafrika eintrafen. Die Buren wurden im Februar am Tugeler, wo Bullas weiterhin das Kommando führte, und bei Padeberg geschlagen und die belagerten Städte nacheinander freigekämpft. Kimberley wurde am 15. Februar von der Kavallerie Frenchs entsetzt, Lady Smith am 27. Februar durch Bullas befreit und das von Robert Baden-Powell verteidigte Muffking hielt bis zum 17. Mai aus, als Herbert Plumer und Brian Mauen zum Entsatz eintrafen. Inzwischen hatte Roberts seinen Marsch auf die Hauptstädte der Burenrepubliken begonnen. Am 13. März fiel die Hauptstadt des Oranje-Freistaates Blöhmfond ein und am 5. Juni die Hauptstadt Transvalds-Pretorie. Präsident Kruger floh daraufhin nach portugiesisch Ostafrika, von wo er später an Bord eines niederländischen Kriegsschiffs nach Europa reiste. Der Krieg schien für Großbritannien gewonnen zu sein, obwohl der Übergang der Buren zur Guerilla-Kriegsführung bereits begonnen und erste Erfolge wie bei Sannas Post Ende März gezeitigt hatte. Britische Erfolge gegen die sich in die Weiten des Feld zurückziehenden burischen Kommandos waren aufgrund deren Geländekenntnis und Schnelligkeit nur noch mit hohem Aufwand zu erzielen. Roberts versuchte daher mit einer Strategie von Zuckerbrot und Peitsche das Kriegsende zu beschleunigen. Nachdem die Burenrepubliken als Kronkolonien annektiert worden waren, wurde denjenigen Buren, die ihre Waffen abgaben und eine Loyalität seitablegten, erlaubt nach Hause zu gehen. Andererseits ließ Roberts die Farmen von Buren, die den Krieg fortsetzten, niederbrennen und weitete dies schließlich zu einer Politik der kollektiven Bestrafung aus. Dies erwies sich letztlich als fatal, da es die Buren nur noch zu verstärktem Widerstand bis zum bitteren Ende anspornte. Im Dezember 1900 kehrte Roberts nach England zurück und überließ Kitchener den Oberbefehl. Guerillakrieg Verbrannte Erde und Schaffung von Konzentrationslager nun änderten die Buren ihre Taktik und gingen zu einem für die Briten äußerst verlustreichen Guerillakrieg über. Unter ihrem Anführer, General Christian de Wett, kämpften sie noch volle zwei Jahre lang weiter. In kleinen Trupps führten sie Überraschungsangriffe durch zumeist auf die Nachrichtenverbindungen, Nachschub und Verkehrswege der Briten, um sich dann rasch zurückzuziehen. Da ein so operierender Gegner auf konventionelle Weise kaum zu fassen war, wandte Kitchener eine Strategie der verbrannten Erde an. Die Farmen in den Guerilla-Gebieten wurden zerstört und die Ernten vernichtet, um den Gegner auszuhungern. Rund 120.000 Farmbewohner, vor allem Frauen und Kinder, wurden in Konzentrationslagern interniert. Davon starben über 26.000 aufgrund katastrophaler Lebensbedingungen an Hunger und Krankheiten. Die Britin Emily Hopp House besuchte mehrere Konzentrationslager und setzte sich in ihrer Heimat öffentlichkeitswirksam für die Internierten ein. Darüber hinaus schränkte Kitchener die Bewegungsfreiheit der burischen Guerilla immer weiter ein. Dazu legte er zunächst entlang der Bahnstrecken und schließlich über das ganze Land ein System von Blockhäusern an, die mit kleinen Garnisonen belegt waren. Zum Zeitpunkt des Friedensschlusses standen 250.000 britischen Soldaten rund 30.000 Kämpfer auf Seiten der Burren gegenüber. Am 31. Mai 1902 wurde der Burrenkrieg mit dem Frieden von Veringing beendet. Der Vertrag sei die Eingliederung der beiden Burrenrepubliken in das britische Abwehr vor, gewährte den Burren aber ansonsten großzügige Friedensbedingungen. Sie erhielten alle Rechte britischer Staatsbürger und Afrikans wurde als Amtssprache anerkannt. Versöhnung nach dem Krieg. Trotz der mit äußerster Grausamkeit geführten Kämpfe gelang die Versöhnung zwischen Briten und Burren relativ rasch. Bereits 1907 wurden dem Oranier Freistaat und Transphal Selbstverwaltung und eigene Regierungen zugestanden. 1910 bildeten sie mit der Kap Kolonie und Natal die Südafrikanische Union. Diese erhielt den Status eines Dominion innerhalb des britischen Abwehr, war seither also de facto ein souveräner Staat. Dennoch fanden sich nicht alle Burren mit der Situation ab. So versuchte der ehemalige Guerilla-Führer Christian de Wett während des Ersten Weltkrieges einen preudeutschen Aufstand auszulösen, der aber aufgrund der zahlenmäßigen Schwäche der deutschen Schutztruppe in Deutsch-Südwestafrika keine Aussicht auf Erfolg hatte. Sonstiges Die Vorgeschichte und der Verlauf des Krieges werden in dem deutschen Historienfilm um Krüger von Emil Jennings aus dem Jahre 1941 unter dem Blickwinkel der damaligen anti-britischen NS-Kriegspropaganda dargestellt. Der Burrenkrieg ist der erste Konflikt, in dem Stacheldraht in größerem Umfang eingesetzt wurde. Die Entwicklung des Stacheldrahtes hatte um 1865 in den Vereinigten Staaten begonnen, als es zunehmend notwendig wurde, wertvolles Land vor Freigrasenden Rinderherden zu schützen. Um die Bewegungsfreiheit der Burren einzuschränken, griffen die britischen Truppen unter General Lord Kitchener in der zweiten Hälfte des Burrenkrieges unter anderem auf Stacheldraht zurück. Zunächst entlang der Bahnstrecken und schließlich über das ganze Land errichteten sie ein System von Blockhäusern, die mit kleinen Garnisonen belegt waren. Stacheldrahtwelle schützten nicht nur die unmittelbare Umgebung dieser Blockhäuser und die Eisenbahnstrecken, sondern zogen sich bis zum jeweils nächsten Blockhaus, das auf dem Höhepunkt des Burrenkrieges nicht mehr als eine halbe Meile entfernt stand. Solange es hell war, war es für die Burren unmöglich, diese Welle zu durchschneiden, da sie dabei für die Gewehre der Garnisonen beider Blockhäuser ein statisches Ziel waren. Glocken, die in die Stacheldrahtzäune gehängt wurden, machten auch nächtliche Versuche vergeblich die Welle zu durchschneiden. Insgesamt 8000 Blockhäuser und 3700 Meilen von Stacheldrahtwellen wurden im Verlauf des Burrenkrieges von den Briten errichtet. Die Kosten für dieses System, mit denen die Briten schließlich das Feld unter ihre Kontrolle brachten, betrugen 300.000 britische Pfund. Nur ein Bruchteil der britischen Kriegskosten von mehr als 200 Millionen britischem Pfund. Baden-Baden-Paul, einer der am Zweiten Burrenkrieg teilnehmenden britischen Offiziere, hielt bereits 1903 kurz nach Ende des Konflikts fest. Stacheldraht kann als eine bedeutende Entwicklung für die moderne Kriegsführung betrachtet werden und es ist sehr wahrscheinlich, dass er in zukünftigen Kriegen umfänglich eingesetzt wird. Er ist auch der erste Konflikt, in dem Stacheldraht verwendet wurde, um Gefangene in ihrer Bewegungsfreiheit zu begrenzen. Die Konzentrationslager, in die burische Frauen, Kinder und alte Männer verbracht wurden, waren zunächst nicht umzäunt. Im Verlauf der Auseinandersetzungen wurden diese jedoch mit Stacheldraht eingezäunt, um jegliches Entkommen zu verhindern. Einzelbelege Vor 135 Jahren, Josef Glidden erhält Urs Patent für Stacheldraht. Ende der Entlosenweite WDR 2 vom 24, November 2009 Reviernetz Barbed Wire An Ecology of Modernity Wesleyan University Press Mitteltown 2004 ISBN 978-0819569592 S66. Zitiert nach Reviernetz Barbed Wire An Ecology of Modernity Wesleyan University Press Mitteltown 2004 ISBN 978-0819569592 S93 Im Original lautet das Zitat Barbed Wire Maybe considerate as an important innovation in modern warfare and is likely to be large employed in future wars. Normdaten GND 2 2 3 4 4 6 6 8 10 9